500 Euro Klimageld ab dem 1. Oktober 2022 für alle. Was Österreich anders macht als Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie können sich noch erinnern, wir haben davon auch berichtet, ein Riesenaufschrei in Deutschland, Millionen Rentnerinnen und Rentner werden ab dem 1. Oktober 2022 bei der Energiepreispauschale bis 300 Euro leer ausgehen. In Deutschland bekommt man die Energiepreispauschale nur dann, wenn man ein lohnsteuerpflichtiges Arbeitsverhältnis nachweisen kann oder man ist Beamter oder man ist pauschalversteuerter Minijobber, Unternehmer auch. In Österreich aber läuft die ganze Sache ein wenig anders. Am 14.06.2022 verkündete die österreichische Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmepaket zur Bekämpfung der energiepreisbetriebenen Teuerung. Und dieses Maßnahmepaket kostet in unserem kleinen Nachbarland 28 Milliarden Euro, verteilt auf mehrere Jahre. Aber es geht schon dieses Jahr los. Im August 2022 soll es zum Beispiel 180 Euro als zusätzliche Einmalzahlung der Familienbeihilfe geben. Aber was ganz wichtig ist, und das ist der Unterschied zu Deutschland, Österreich behandelt alle Menschen gleich. Ab 1. Oktober 2022 bekommt jeder erwachsene Österreicher, egal ob der Pensionär oder Rentner ist, ob der Unternehmer ist, ob der Arbeitnehmer, ob der Student ist, ob der Sozialleistungsbezieher ist, Arbeitslosengeldbezieher ist, Krankengeldbezieher ist, völlig egal. 500 Euro Klimageld, steuerfrei. Kinder in Österreich bekommen 250 Euro Klimageld, steuerfrei. Ab dem 1. Oktober 2022 ausgezahlt. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und dann 130 Euro Klimageld, steuerfrei. Die Arme Jäuseppe ist, aguainet Elektion点rä'. Sie begrüßenこちら!